Musik 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 Und dann habe ich vor zwei Jahren angefangen, so in der Firma, naja, mir gefällt schon. Ich stehe jeden Tag, fünf in der Früh, so, dann komme ich in der Firma, Kaffee trinken, Stempel Karte, so, und dann steige ich. Na ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe nie Probleme mit Karte oder irgendwas. Das hat mich von Anfang an gewundert, die viele Geschäfte, so viele. Ich bin der Ich bin der